Leute, wie ihr seht im Hintergrund, es gibt Neuigkeiten zu X-Defined. Leider noch nicht spielbar, aber der Preload scheint schon am Start zu sein. Ich kann das zwar jetzt theoretisch starten, es kommt dann eine Fehlermeldung, dass es noch nicht am Start ist oder dass die Server noch nicht online sind, aber das habe ich gerade soeben entdeckt. Ich zeige euch hier mal das Video ganz kurz. Moment, ich mache nochmal ein Stück zurück. Das ist eine kurze Aufnahme. Heute ist der 11. März, wo ich das aufnehme. Ihr seht relativ weit rechts in diesem viereckigen schwarzen Kästchen, wo auch FSK 16 steht, Veröffentlichung in Kürze. Dann mache ich mal Play. Wie gesagt, eine kurze Aufnahme, dass ich den Preload schon runtergeladen habe. Es sind 31 GB auf der PS5, heißt für alle anderen Plattformen werden es ein paar GB mehr sein. Das heißt, X-Defined steht jetzt tatsächlich wirklich vor Release. Wir können es, wie gesagt, preloaden. Vielleicht wird es gar nicht angekündigt, dass die Server dann geöffnet werden, aber ein Data Miner, ein Liga hat gesagt, 31. März soll wohl Stichtag sein. Das soll relativ handfest sein, diese Information, sodass wir am 31. März wahrscheinlich X-Defined endlich mal zocken können. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr Xbox-Spieler seid oder PC-Spieler. Schaut mal, könnt ihr den Preload schon starten? Es kann eigentlich nur der Preload sein. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es hier schon gezeigt. Genau, jetzt kommt hier. Bitte versuch es später erneut und so weiter und so fort. Also 31 GB. Es soll wohl nochmal eine Closed Beta geben. Wann genau die startet und ob das auf allen Plattformen ist, weiß ich leider nicht. Geht aber mal davon aus, dass er auch hier nochmal von mir erfahrt, ob da was passiert oder nicht. Jedenfalls heute am 11. März, spätestens in drei Wochen, nicht ganz drei Wochen, soll X-Defined dann tatsächlich endlich zum Release stehen. Und man muss ja auch sagen, hier steht es ja auch ganz rechts, Veröffentlichung in Kürze. Jetzt sollte es dann mit der Warterei so langsam ein Ende haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt und zum Release versuche ich natürlich auch online zu sein. Das war es von mir schon wieder heute rein. Bis zum nächsten X-Defined Video. Ciao.